...hat als nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser Ausschussvorsitzender Dr. Grüger hat gerade schon geschildert, mit welcher hoher Intensität wir uns über viele, viele Tage, Wochen und Monate der Thematik Cum-Ex gewidmet haben und dass wir noch gemeinsam, fraktionsübergreifend, jedenfalls zu der Feststellung gekommen sind, dass diese, die Cum-Ex-Geschäfte, rechtswidrig waren und sind. Sicher ebenso einig waren wir uns noch darüber, dass einzelne kriminelle Marktteilnehmer, Banken und Berater organisiert zusammengearbeitet haben, um den Fiskus in die Irre zu führen. Bei der Frage allerdings, ob politisches oder fachliches Versagen dazu führte, dass das kriminelle Vorgehen einzelner Finanzmarktakteure lange Zeit unterschätzt oder unbeachtet blieb, gehen die Meinungen zwischen Koalition und Opposition nahezu schon naturgemäß auseinander, hat man gerade bei Kollegen Pitterle festgestellt. Das ist auch nicht verwunderlich. Man kann schließlich nicht erwarten, dass die Opposition ihr schärfstes Schwert aus der Hand legt und dass man einen Untersuchungsausschuss völlig, völlig losgelöst vom parteipolitischen Kalkül seine Arbeit unaufgeregt im Stillen verrichten lässt, um dann am Ende heute in friedlicher Eintracht seine Ergebnisse zu präsentieren. Fairness und Sachlichkeit kann man, trotz zeitweiliger schriller Momente, sicher von einem Parlamentarier erwarten, nicht aber richterliche Unbefangenheit. Es gilt offenkundig besonders in einem Wahljahr. So ist wohl auch zu verstehen, dass man versucht, mit haltlosen Schuldzuweisungen und dem Kolportieren von horrenden Steuerausfällen in Milliardenhöhe mit aller Macht Aufmerksamkeit zu generieren. Es gab in der Vergangenheit Untersuchungsausschüsse, in denen sich die Mitglieder um Einstimmigkeit bei allen Entscheidungen bemüht haben und der Presse gar gemeinsam abgestimmte Statements vorgelegt haben. Als wir im November 2015 mit der Ausschussarbeit begannen, schien es zunächst auch so, für unseren Untersuchungsausschuss zu sein. An der gemeinsam und praktisch durchgehend konsensualen Arbeit, hören Sie mal zu, Herr Hofreiter, gemeinsam und nahezu ausschließlich konsensual hat sich bis zum Ende der Ermittlungen nichts geändert. Erst als wir in die Phase kamen, dass wir einen Abschlussbericht erstellt haben, hat sich die Opposition von der gemeinsamen Arbeit verabschiedet. An der gemeinsamen Arbeit hat sich auch nichts geändert, wenn wir nachts teilweise bis spät zusammensaßen und festgestellt haben, dass parlamentarische Untersuchungsarbeit gelegentlich schwieriges, langwieriges und auch beschwerliches Handwerk ist. Ebenso beschwerlich fanden das scheinbar auch einige Journalisten, weil es schwierig ist, einem normalen Menschen kurz und nachvollziehbar zu erklären, was Cum-Ex überhaupt ist. Der Kollege Grüger hat das, glaube ich, gerade hervorragend getan, jedenfalls für Juristen. Ob das die Gemeinheit so versteht, da bin ich nicht ganz sicher. Und bei der Einsetzung unseres Untersuchungsausschusses hat schon unser Bundestagspräsident Lammert angemerkt, dass in der Ausschussarbeit viel erreicht sei, wenn es uns gelänge, einer breiten Öffentlichkeit überhaupt zu erklären, was wir da untersuchten. Nach meinem Eindruck ist es so, dass wir, wenn wir das zum Maßstab nehmen würden, nicht so sehr erfolgreich waren. Die Komplexität der Materie führte auch dazu, dass die Berichterstattung im Vergleich zu anderen Untersuchungsausschüssen eine geringere mediale Wirkung erzielte, als sich das mancher sicherlich erhofft hat. Ausnahmen wie beim Erscheinen des Zeugen Maschmeyer bestätigen diese Auffassung eher noch. Einigen ist es dann offensichtlich zu still geworden um den Ausschuss. Deshalb war man gerade bei den Grünen in den letzten Wochen eifrig bemüht, die Cum-Ex-Problematik zum medialen Großereignis zu machen, an dessen Ende jetzt ein riesiges Steuerloch stehen soll. Neben NSA, NSU, EDATI und VW ist man beim Cum-Ex-Untersuchungsausschuss endlich da, wo sich der Kollege Schick schon immer sehen wollte als Chefankläger im angeblich größten Steuerskandal der Nachwuchsgeschichte. Aus diesem Grund hat es die Fraktion der Grünen wohl am Ende auch abgelehnt, nach der gemeinsamen, praktisch ausschließlich konsensualen Ermittlung auch einen gemeinsamen Bericht mit der Koalition diesem Haus vorzulegen. Denn hätte man sich womöglich mit Union und SPD auf ein gemeinsam vorgetragenes Ergebnis verständigt, wäre die überzogene Aufregung ja weniger glaubhaft gewesen. Die Ergebnisse unseres Ausschusses möchte ich daher noch einmal kurz und in aller Sachlichkeit darstellen. Wie schon erwähnt, die Geschäfte waren und sind rechtswidrig. Die gesetzlichen Regeln waren klar. Schon jedem Laien erschließt sich sofort, dass man auf etwas einmal Gezahltes, nämlich Kapitalertragsteuer, sich nicht mehrmals etwas zurückverlangen kann. Das war offenkundig so klar, auch für die Beteiligten, dass sie ihr Handeln mit extremem Aufwand verschleiert haben oder versucht haben zu verschleiern. Die Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass durch einen kleinen, aber lauten Kreis von Beratern mit Professoren, mit Gefälligkeitsgutachten und von Steuerpflichtigen der Versuch unternommen wurde, Steuergesetze und entsprechende finanzgerichtliche Entscheidungen bewusst gegen deren Sinn auszulegen. Die zuständigen Behörden jedoch in Bund und Länder leisteten und leisten gute Arbeit. Sie konnten nämlich in zahlreichen Fällen verhindern, dass zu Unrecht beantragte Anrechnungen oder Erstattungen der Kapitalertragsteuer auch tatsächlich angerechnet oder ausgezahlt wurden. Außerdem ist es bereits gelungen, den Großteil der bereits angerechneten oder erstatteten Kapitalertragsteuern erfolgreich zurückzufordern. Das Bundeszentralamt für Steuern hatte zur Bewältigung seiner Aufgaben dazu auch stets, anders als es der Kollege Pitterle behauptet hat, das notwendige Personal und auch umfassende Unterstützung bei der Prüfung dieser Anträge. Die zuständigen Mitarbeiter haben sich dabei erfreulicherweise auch nicht von einzelnen dreisten Steuerhinterziehungen einschüchtern lassen. Wir haben eher den Eindruck gemacht, dass die Beamten fachlich hochkompetent und engagiert ihrer Arbeit nachgegangen sind. Die Steuer- und Justizbehörden ermitteln aktuell umfassend bei den Cum-Ex-Geschäften und es bestehen gute Aussichten, unberechtigte Steuererstattungen mit Zinsen zurückzuerhalten sowie strafrechtliche Verurteilungen zu erwirken. Die tatsächliche Schadenshöhe, Herr Kollege Dr. Schick, durch Cum-Ex-Geschäfte dürfte insoweit nur einen Bruchteil der öffentlich insbesondere auch von Ihnen genannten Summen in Milliardenhöhe betragen. Ob tatsächlich ein Millionen- oder gar Milliarden-Schaden für den Fiskus entstanden ist, lässt sich heute überhaupt noch nicht seriös vortragen. Wer dies tut, lenkt mit Fantasiezahlen von der hervorragenden Aufklärungsarbeit unseres Ausschusses ab. Sie sind doch selber auch noch dran. Vielleicht können Sie es dann erklären. Der Ausschuss konnte Ihre Zahlen nicht belegen, die auch häufig auf unseriöser Grundlage behauptet wurden. Der Ausschuss hat zudem neben der Sachverhaltsermittlung und der rechtlichen Einordnung den Vorwurf widerlegt, das Finanzministerium und das Bundeszentralamt für Steuern hätten die Fälle zu zögerlich aufgeklärt. Das Gegenteil ist der Fall. Als erstmals in erheblichem Umfang durch einen Whistleblower im März 2009 im BMF klar wurde, dass es ein Problem gibt, hat man drei Tage später, war noch ein Wochenende dazwischen, sofort eine Kommission eingesetzt. Man hat wenige Wochen später das uns allen bekannte BMF-Schreiben vom 5. Mai 2009 auf den Weg gebracht, das vorsah, dass Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bestätigen mussten, dass der Erwerb der Aktien im Sinne der Steuerbescheinigung in keinem wirtschaftlichen Zusammenhang mit Leerverkäufen getätigt wurde. 2010 fiel dann im BMF unter Finanzminister Wolfgang Schäuble die Entscheidung für eine umfassende Neuregelung des Besteuerungsverfahrens. Dabei wurde ein kompletter Systemwechsel vollzogen, der sowohl zunächst erdacht, praktisch für die Marktbeteiligten händelbar gestaltet und juristisch sauber auf den Weg gebracht werden musste. Nach der Erstellung des Gesetzesentwurfs durch das BMF im gleichen Jahr konnte dann der Bundestag das OKR-4-Umsetzungsgesetz im Jahr 2011 verabschieden. Die Bedingungen, die den Steuerbetrug mit zu Unrecht beantragten Anrechnungen oder Erstattungen der Kapitalertragssteuer erleichtert haben, wurden damit endgültig beseitigt. Das System des Kapitalertragssteuereinbehaltes und deren Abführung wurde nämlich zum 1. Januar 2012 auf das sogenannte Zahlstellenprinzip umgestellt. Hier also von einem Untätigsein der Verwaltung oder auch der Politik zu reden, ist schlicht unredlich und falsch. Weil offenkundig Ihnen, Herr Kollege Schick, im Laufe der Ausschussarbeit klar wurde, dass mit dem Thema Cum-Ex kein Blumentopf zu gewinnen ist im Wahlkampf gegen die Regierung, haben Sie sich ja nach und nach mehr auf das Thema Cum-Cum versteift. Der Ausschuss ist dabei einvernehmlich Ihrem Wunsch entgegengekommen, auch diese Geschäfte zu untersuchen. Dort geht es ja um solche Geschäfte, wo ausländische Aktionäre ihre Papiere kurz vor dem Tag der Dividendenzahlung an deutsche Institute übertrugen. Grund war, dass sich inländische Kapitalmarktteilnehmer im Gegensatz zu den ausländischen ihre Kapitalertragssteuer erstatten oder anrechnen lassen konnten. Durch Cum-Cum-Gestaltungen ersparten also die Inländer Kapitalertragssteuer, die sie anteilig über Vertragsmodalitäten an den ausländischen Aktionär weitergaben. Alle profitierten, nur der Fiskus verloren. Dieses Phänomen habe ich übrigens schon im Rahmen meiner Steuervorlesung im Studium kennengelernt, damals noch bekannt unter dem Namen Dividendenstripping. Wer hat dafür gesorgt, dass letztendlich mit der Investmentsteuerreform 2016 Abhilfe geschafft wurde? Nicht die Grünen, auch nicht in ihrer Regierungszeit von 1998 bis 2005 schon gar nicht die Linke, sondern das Finanzministerium unter Wolfgang Schäuble. Noch einmal zu den Fantasiezahlen. Diese, wie schon einmal von mir ausgeführt, lenken ab von dem, was die tatsächlichen Thematiken sind. Aus unserer Sicht ist klar, dass die Höhe der behaupteten Schäden, zuletzt bis ins geradezu absurde von 49 Milliarden Euro war manchmal die Rede, ablenkte von den eigentlichen Umständen und von der eigentlichen Arbeit nicht nur von unserer Ausschusstätigkeit, sondern auch und vor allem von denjenigen, die in den Behörden dafür Sorge tragen haben, dass der Schaden eben nicht in dieser Höhe entstanden ist. Ich möchte an dieser Stelle es nicht versäumen, ganz, ganz herzlich Danke zu sagen all denjenigen, die mitgeholfen haben bei der Ermittlungsarbeit, vor allem den Mitarbeitern der Fraktion, aber auch ganz herzlichen Dank ans Ministerium, die uns immer umfassend informiert und mit Informationen und Unterlagen unterstützt haben. Vielen Dank.